Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir machen weiter, wo wir es jetzt mal aufgehört hatten. Wir müssen ja... Oh ja, genau. Hier war ja der Ausgang. Wir müssen ja mittlerweile wieder hier komplett rausgehen. Ich hatte ja hier aufgehört gehabt. Ich habe auch ganz ehrlich nicht weiter gemacht. Aber ich will gesagt, das lasst es lieber. Werner, bist du so ehrlich und mach's das so weiter. Und ja, warum nicht? In dieser Hinsicht sind wir dann doch schon ehrlich. Von daher, so. Ich werde aber erstmal... Ja, genau. Ich hatte einen zeremoniellen Küras bekommen. Und Lederstiefel. Die aber nicht wirklich besser sind. So, Waffen. Stimmt, hatte ich die Felgenklingen. Das alles. Das war aber alles uninteressant. Äh, Konsumgut. Ich brauche auf jeden Fall einen Trank. So, mal gucken. Wir haben unsanfte Bestien. Ich guck mal kurz, wo das ist. Okay. Mal gucken, ob ich den da finde. Okay. Nein. Der war da unten. Und der war da unten. Okay. Ähm. Ah, der war da oben. Dann kann ich im Prinzip da oben hingehen. Genau. Ich glaube, dann mache ich die Quest als erstes. Jo, ich glaube, ich weiß, welche Quest ich mache. Dann mache ich doch dann erst die, äh, die Empfehlung hier. Das finde ich dann doch besser. Weil jedes Mal hin und her rennen und so und dann die Quest nicht machen können. Nee. Ich meine, ja, ich könnte dann durch die Quest abgeben, aber nee, das mache ich nicht. So. Okay, du gibst nichts. Äh. Bevor ich was vergesse. Ich will nur sicher gehen. Tja, der Effekt bleibt an, aber trotzdem. Ja, komm schon. Oh. Wie, schon fertig. Okay. Schade. So. Hätten wir das. Da drüben sind ein paar Kobolde. Kobolde. Nee, das sind rote Diener. Die umstehört noch. Oh, da hat's kurz geleckert. So. Da wollen wir doch mal gucken. Da haben wir das. Da haben wir eine Himmelsblüte. Und hier haben wir eine Kiste, die wir öffnen können. Uh. Sehr schön. Können wir das doch machen? Äh, nur glaube ich weniger. Ja. 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 So, fertig. War da noch was? Nö, ich glaube nicht. So, hätten wir das alles geschafft. Uh, scheiße. Ich sollte mir mal bald Dietrich hier kaufen, ansonsten kann ich hier bald keine Kisten mehr öffnen. So, hätten wir das geschafft, dann gehen wir jetzt mal eben kurz zur Schildregfeste wieder zurück. So, während des Ladebildschirms muss ich mal kurz. So, Entschuldigung. So, Entschuldigung. Die, die wir komplett jetzt komplett jetzt abgeben können. Das ist schon mal etwas. Finde ich. Ah, ich habe die Gebrüder krass besägt. Ah, ich habe die Gebrüder krass besägt. Oh, ja, von Overground Thick it was it. Normalerweise, that sort of thing is beneath even contract work. But these days, if the payer has enough coin to spare and is insistent enough, we put it on the board. Ja, dann, gut, schön. So, hätten wir das. Gut. Quest gemeistert, die Empfehlung. Finde ich toll. Jetzt haben wir auch wieder ordentlich Gold, von daher. Äh, da gab es ja glaube ich noch irgendwie eine Quest oder so, soweit ich mich erinnern kann. Hier um der Ecke, meine ich. Yo, da oben. Der Typ ist total lustig, finde ich. Aber die Quest ist es wert, ganz ehrlich. Hello there. Step right up and allow yourself the pleasure of my company. I am the great Oleander Sinclair, alchemist virtuoso. Today only I am offering inhabit... Inhabitan... The people of Jelven a special... What am I offering? Blast. The potion's wearing off. Äh, was geht alles da? A potion. A potion. His potion, I mean. Oleander Sinclair. See, I'm not really him. He being a dead guy I found in a mine nearby. Landed on, really. But he was already dead. Maybe I took his coin and drank one of his potions. That's when things got strange. I could make potions. Tonics, cordials, restoratives. Turns out I really like alchemy. But the potion's effects are fading. Will you help me make another? Uh, best idea. Let's just say before I became Oleander Sinclair, I was less a travelling alchemist and more of a robber of travelling alchemists and other people. Ah, yeah. That'll help you. I don't recall the potion's name. No surprise. I can't even remember my own name. That's the price you pay for being errone... Errone... For being a liar. Those war-sworn curs likely have one in their keep. Not sure. They won't let me in. On account of my being a liar. You could make the potion using the proper reagents, but that would require work. They've got to hurry, though, because I'm getting dumber by the moment. Er, okay. Scour the keep and you'll find something useful. You wouldn't believe what those war-sworn are hoarding in there. Please hurry. Sorry. Dann wollen wir mal da rein. Wollen wir mal einen Trank einfach mal uns aneignen. Ich hab keine Ahnung, ob ich das schaffe jetzt. Weil ich hab nämlich, äh... eine Fertigkeit, nicht? Wir werden sehen. Oh. Irgendwie hab ich's aber auch heute. Warum kommt das immer so unerwartet? Old Idwalds are scalded, but he's true to the cause. Komm schon, geh weg, geh weg, geh weg. Ach, komm, geh kacken. Jetzt muss ich das ernsthaft abwarten. Ja, komm, komm, komm. 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 Guck, guck. Immerhin, wir haben den Trank bekommen. Ja, ich war gerade sehr leise, ich weiß. Hallo, könntest du mal schneller laufen? So, haben wir den Trank? Warum regeneriere ich eigentlich die ganze Zeit gerade? Ich hab keine Ahnung, macht aber nix. Ist auch gut so. So. Bin ich mal gespannt, wie viel die Quest überhaupt abgibt, beziehungsweise, ähm, was er mehr gibt. Ich hab nämlich die ganze Quest gar nicht mehr im Kopf. Hallo. Don't tell me. Yes, that's it. We've met before. We have. Right here in... Where are we again? Fast! Hope this works. Bottom's up, mate. Wait, I think it's working. Indubitably. Plethora. Effulgent. There it is. Now I should be able to brew up anything I need in no time. As agreed, here's your payment. You're a real lifesaver. Äh, ja, wie jetzt? Ich krieg nix. Ja. Naja, egal. Äh, hätten wir das geschafft. Ähm, ich kann jetzt da links und rechts um hingehen. Würde mir nix bringen. Deswegen werd ich mal kurz in nem, äh, Questbuch nachgucken. Ich muss mal grade gucken. Wo ist denn das? Naja, gut. Ich muss sowieso da hinten hin. Von naja. Achso, die Ette mehr erforschen. Nee. Okay. Da wollt ich ja weniger hin. Heimkehr. Jo. Okay, dann gehen wir mal da hinten hin. Die Hauptstory mach ich so apel apel. Das bedeutet, ich werd mich wahrscheinlich wohl, so wie's aussieht, mehr mit den Nebenquests beschäftigen als mit allem anderen. Ach ja, komm. Oh, komm schon. Yes, sie ist vergisst das. So, geht noch. Sehr schön. Oh, okay. Hätten wir die dann? Aber ich brauch dringend, wenn ich da reingehe, brauch ich dringend dann erstmal, äh, Dietrich, ja? Weil sonst hab ich das Problem, dass ich dann keine Kisten mehr aufmachen kann. Das ist nicht gut. Ach, guck an. Da wird noch ne Quest. Sehr schön. Äh. Äh, wo liegt das Problem? Aside from the boggards and blood plague. Look, you should turn around and go. Go somewhere safe. This is no place for visitors right now. Äh, ich glaub, das ist ein bisschen zu spät dafür, ne? Du hast mich gerade voll die ganze Zeit angehustet und hast dich die Hand vom Mund gehabt. Finde ich toll. Jetzt hast du mich angesteckt. Okay. Das bringt ja nichts, wenn ich dich nochmal frage. Von daher. So, haben wir da hinten hin, ey, ey. Come to town for the craft. Was genau, ihr meint die Blutpest, oder? Yes, that's it. Did Thaddeus tell you? The boggards carry it in their venom. And they're spreading it everywhere. Normally the things keep to themselves. Looks like some Jotun got into their lair, though. Force the boggards out. Äh, könnt ihr euch hier kurieren? I can't, but Astrid Frisk, our healer, can. That is when she has the medicine to treat it. We've been running low. More should have arrived this morning. You can ask her about it if you're curious. Yup, will ich. Aber vielleicht kann ich ihr helfen. You're either brave or a fool. But if you could kill the Jotun, perhaps the boggards would leave us alone. Alright. Travel north to the boggards lair in Coilsbane and clear out their cave. Was kann ich sonst noch tun? Okay. Okay, dann machen wir das. Ja, dann wollen wir doch mal da reingehen. In die Olle. Halt. Ich glaube, bevor ich irgendwo hingehe. Ah, ups. Ich glaube, ich habe ein Hühnchen getötet. Will jemand heute Abend noch Hühnchen essen? Der kann das gerne tun. Hühnchen wäre ganz lecker und so. So, hier ist auf jeden Fall nichts. Das bedeutet, das ist alles unten. Hallo. Willkommen zu unserer famed Craft Hall. Wenn Sie hierher kommen, Sie können mit Olin oder mir sprechen. Dann komme ich mal zu dir, meine Liebe. Dann werde ich aber auch dementsprechend erstmal verkaufen. So, die verkaufen wir, die verkaufen wir, die, die. Ja, ist ja gut. Ähm. Die, die, die. Nein, die wollte ich ja weniger verkaufen. Ähm. Das da verkaufe ich. Das da verkaufe ich. Ja. So. Hängen wir das alles. Bis zum nächsten Mal.